Ja, hallo, Freunde, da sind... Ja, wie man schon hört, bin ich nicht alleine. Ich hab hier Kasia Logi mit eingeladen. Jetzt kommt der Teil, wo du Hallo sagen musst. Hallo, hier ist die Kasia. So, wir haben uns gedacht, wir spielen heute mal das Interessanteste. Wir zeigen euch das Interessanteste, was sich YouTube vorstellen kann. Nämlich, wie zwei Leute Karten spielen. So, wir spielen hier Hearthstone. Ich hab hier so ein paar Karten, also alles Standard-Decks erstmal, weil Kasia hat erst vor ein paar Monaten angefangen und ich spiele ja eigentlich schon seitdem das Spiel draußen ist. Ja, deswegen nehmen wir einfach mal Standard-Decks. Also ich nehme Standard-Decks. Mit was fangen wir denn an? Ich spiele erst, indem ich mir den Arm gebrochen habe. Sie spielt erst, seitdem sie sich den Arm gebrochen hat. Weil man dieses Spiel nur mit einem Arm spielen kann. Genau, man kann mit den anderen, man kann den anderen Arm auch gebrochen haben oder gegebenenfalls auch andere Dinge währenddessen tun. Ich spreche da nicht aus Erfahrung. Ich kenne das nur, ich hab das mal so gehört. Also. Okay. Wähl dein Deck. Okay. Ich nehme mal das da. So. Wähl dein Deck. Zieh Schrauben an. Wähl mir die Getränke. Bestechle Wächter. Gar nichts bei mir. Suche Brett aus. Prostituiere Helden. Fühle Ladebalken auf. Ja, fertig. Vielleicht sollte ich mal den... Ich mache mal den Ingame-Sound ein bisschen lauter. Ja. So. Okay. Ich hab... geile Karten. Und ich nicht. Okay. Aber ich lass sie so. Tja. Möge der Klügere gewinnen. Du meinst, man muss ja eigentlich da nur lesen können. Das ist schon Zufall. Ach ja, okay. Okay. So. Ich spiele ich einmal die hier. Pam, pam. So. Was willst du jetzt tun? Mich aufregen, innerlich. Aha. Oh man, ich will die eine Karte schon mal rausnehmen. Ihr seid Speichhäuser-Klubis! Guck mal, die sieht so ein bisschen aus wie du. Der vulgäre Homunculus. Ja, du bist... Ich denke manchmal, du bist auch so ein vulgärer Homunculus. Was? Nein, bin ich nicht. Doch, manchmal schon. So. Hm. Also, ich drehe mal die Pan hier auf, damit lauflüssigkeit, irgendwie leошlösigkeit gehen kann. Stimmt. Mach mal Kitsche-E nochmal. Aja, kitsche-Emmchen. Ohja. Waa 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 waa. Aber ich spiele am liebsten auf der Map hier mit dem Zauberbuch rum. Ähm, du meinst diese... Lesen, ne... Ja. Oben rechts halt. Jo, komm Ich werfe damit Steinen Sieht gut aus Aber, nee, komm Machen wir erstmal so und so Gut Mach ich mal irgendwo mal durch mit dem Buch Oder Ach, du weißt nicht, wie das funktioniert Was denn? Das Buch Du hast hier unten neben dem Fass Liegt auch so eine kleine Notiz, ne? Aha Und dann blätterst du das Buch durch Bis genau dasselbe Kommt Wie unten auf den kleinen Zettel Und dann drückst du auf den kleinen Zettel drauf Und dann macht das Buch was Warte, ich muss jetzt erstmal hier Irgendwas machen Ja, also man merkt schon Ich hab hier ein leichtes Spiel Was machen wir denn hier am besten? Gar nichts Drück einfach auf fertig Nein Jetzt muss ich aber echt dieses komische Schiss da aus Was ist das? Die würde ich gerne noch behalten Oh mein Gott, da passiert ja was Danke Jetzt hört doch mal auf mit dem Schalt Achso, war das jetzt wieder Was? Ja, willkommen im Discord Also, falls Kascha manchmal weg ist Es liegt ein Discord Oder Zorak Weil er laggt immer Weil sein Internet Vom polnischen Markt ist Ich zapse vom Nachbarn an No way Okay Okay, darum müssen wir uns kümmern Ja Kümmere dich mal um dieses Problem Oh Okay Oh mein Gott Aha Lol Okay, drum gekümmert Es ist so Es ist so schön Ich liebe dieses Spiel Aber nur, wenn ich gewinne Oh Na gut Jetzt mag ich dich nicht mehr Dieses Spiel zerstört Freundschaften Ja, aber ehrlich Genauso wie Uno Uno ist auch Oder Phase 10 Was ist das? Das ist auch so ein Hassspiel So ein Hassspiel Ja Du, ich nehme Kärse Ich nehme Kärse Ja Du nimmst doch eine Taschenlampe Niemand nehmen Kärse Biest Was? Ich sag das kleine Rothhaarige Biest Das kleine Rothhaarige Biest Ja Nein Nein, mach die nicht kaputt Nein Nein Ah 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 Warte, ich bin noch nicht fertig Achso, ich bin ja eigentlich fertig Ich bin vorbei Echt jetzt Mit zufälligen Na, okay Wofür da noch so viel Wind machen Jetzt bin ich nicht mehr ein Was macht der Gestörter Grizzly Nachdem ihr den Diener hergerufen habt Erhält er 1-1 Okay Das bringt jetzt zwar gar nichts mehr Aber, okay Der Heim ist alles klar Möge die Eisbarriere euch schützen Oh Ich mach's nicht so spannend, okay Ah, ich dachte Ich schick dir ne tote Ratte Ich hab deine Adresse Sie grammelt dann noch zwei Tage bei der Post, ne? Okay. Wie lange hat das jetzt gedauert? Acht Minuten, da können wir doch noch eins in die Folge reinpacken, oder? Ja, bis 15 Minuten geht ja auch noch. 15, ja, geht. Ja, 20 gehen eigentlich schon. Fürs erste Mal finde ich das okay. Gut. Weg. 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 Mentale Vorbereitung, das ist schon mal gut. Zünde Nutten an. Mentale Vorbereitung. Genauso gut. Fülle fertig, Knopf nach. Oh, gar nichts mehr. Oh, wir haben denselben gewählt. Das Licht ist mit den Gerechten. Oh, das Licht ist mit den Gerechten. Merkt ihr das, Kascha? Das Licht ist mit dem Gerechten. Aha. So. Na nicht. Mit mindestens. Aha. Ne, das kommt erstmal weg. Okay. Ja. Nein. Einfach nein. Möge das Licht euch verbrennen. Möge das Licht euch verbrennen. Hör auf, mir alles nachzumachen. Na gut. Na. Was? Ich hatte hier gerade... Kannst du mir bitte die Wii anmachen? Was? Mhm. Ja, Wii Sports, das beste Spiel. Nein, Wii Party. Ich hatte... Echt? Ja. Ich habe mir auch mal eine Playstation 3 gekauft. Mit der Limited Edition von Uncharted 3. Mhm. Und habe nur... und habe ein Spiel dafür. Und habe es glaube ich in ein paar Minuten gespielt und dann hatte ich keinen Bock mehr. Seitdem habe ich die Playstation nie wieder angerührt. Nein. Weil ich es hasse mit Controller zu spielen. Echt? Ja. Also falls jemand eine Playstation 3 braucht, die ich glaube so circa 10 Minuten gebraucht wurde. Hast du wenig dafür? Keine Ahnung. Hauptsache die ist weg. Ich lecke immer wieder. Ja. Ich lecke gerne. Also äh... Ähm. Hauptsache... Also jetzt gerade... Ich habe gerade das Gefühl, wir spielen gar nicht Karten. Wir spielen Schach. Die letzten zwei Züge waren dieselben Karten. Ja stimmt. Stimmt. Was kann ich denn jetzt noch spielen? So jetzt machen wir das ganz geschickt. So. Nimm das! Ja. Damit habe ich glaube ich auch überlegt. Aber... Fuck. Sie hat sie. Alles klar. Alles klar! Ja komm. Na. Was können wir uns jetzt hier noch? Was haben wir denn noch an? Okay. Nimm das! Ja jetzt ist ich gleich eh over mit dem also. Ähm. Nein, ich hätte es nicht. Was ist denn? Ey. Wie kannst du Jasmin töten? Jasmin? Das ist die Freundin von Aladin. Sterb! Sterb! Ich mag die nicht. Ich mag sie auch nicht. Ich mag sie auch nicht. Ich glaube nicht. Na ja. Alter! Nein! Doch! Was zur Hölle? Warte, was pudel ich noch? Bist du bescheuert? Nein! Schau mal. Ich spiele hier seit vier Monaten. Wie war das so? Von Anfang an, als es rauskam? Halt mal die Schnauze, okay? Ist gut. Halt mal die Schnauze. Halt mal die Schnauze. Halt mal die Schnauze. Fuck, das hätte ich davor machen sollen. Ach ne, das ist sowieso nur Dina. Okay. Oh, scheiße, Mann. Wir machen so. Fertig. Das klang jetzt etwas schlimmer als es ist. Ja komm, mach fertig. Warte, warte, warte. Ich möchte einen schönen Abgang haben. Alter, ich hatte so scheiß Karten. Na ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Boah. Ich glaube, es reicht sogar noch für eine Runde. Also jetzt steht es 1-1, ne? Ja, jetzt steht es 1-1. Okay, nächste Runde entscheidend. Ja, freu dich mal über Scheiße im Briefkasten, okay? Man kann das tatsächlich verschicken. Was? Meister an Leute verschicken kann. Das ist kein Witz, Mann. Okay, wen habe ich jetzt... Die Liste ist lang. Ich glaube, ich muss sparen. Oh Mann, mir fehlt noch eine Karte. Vernichtet 25 Dina oder so. Ja, habe ich auch. Nice. Es gab heute nichts anderes im Angebot. Mit Prostituier-Helden. Ja, ich auch. Öl-Fertigknopf noch. Ah, gar nichts. Versammle Zuschauer. Oh, treibe Molox zusammen. Ziehe Schrauben an. Gut. Bereit? Bereit. Okay. Nein, setze nicht. Ich werde mich mit Anduin auf jeden Fall nochmal rächen. Aha. Aber nicht heute. Mal schauen. Ist das nicht eigentlich dein bestes Deck? Oder dein Lieblings-Deck, oder? Nein. Äh, nein. Das ist mein Agro-Parler. Ich mache das Licht aus. Schließe die Kammer auf dich. Mach eine Kette kaputt. Ich schwöre hier einen Drachen aus dem Dolch. Okay. Und hole irgendwas aus dem See. So, so. Ja, super. Ja, ich weiß. Warte. Kommt da noch mehr? Ja, ja. Nochmal, Alter. Komm, jetzt reicht's aber. Ich weiß, okay. Ich lass es jetzt. Hey, ich hab einen guten Lauf. Sei doch stolz auf mich. Nee. Okay. Okay. Na, drei Karten. Äh, zwei Karten. Hm. Hm. Okay. Danke. Okay. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Hey, fang! Mhm, mhm. Hm, okay. Ja, ja. Warte. Ja, komm, komm. Was kommt jetzt als nächstes? Ja. Wehe die heilige Nova. Ah, okay. Seelenfeuer. Oh. Okay. Jetzt sind wir gleich mit den Leben. Okay. Süß. Ja, ich weiß. Warte, das kriegst du gleich mal zurück. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Legt euch nicht mit Zorn an. Nein, Zorn an. Ich glaub, das schaff ich diesmal nicht. Ja, ja, ja. Komm, hau ich ja mit. Ja, ja, ja. Jetzt möchte ich mal ein bisschen Action sehen von dir. Es wird keine Action geben. Ich, äh. Ich schaff da nicht. Verzweiflungstaten. Ja, ich hab schon wieder vergessen, diese fünf Angriffskarten wegzumachen. Ich schaff schon. Ja, jetzt hab ich... ja, keine Ahnung. Oh, du Arme. Ich sag dir auch noch meine Karten, ey. Ja, komm, mach mich nieder. Ja. Hm. Verbeuge dich vom Meister. Aha. So. Wow, was für'n Abgang. Oh ja. Wunderbar. Also 2 zu 3. Äh, äh, 2 zu 1 meine ich. 2 zu 1. 2 zu 1, ja. Ja. Okay. Dann... Dann hätten wir die 20 Minuten eigentlich auch schon voll. Echt? Also, ja. Sehr schön. Ja. Geht ja richtig gut raus. Okay, leider mit meiner Niederlage. Ja, tja. Wie gesagt, der Bessere gewinnt. Wie gesagt, der Bessere gewinnt. Jo, dann, ähm, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, wir sehen uns dann in der nächsten Partie Hearthstone. Sehr Dank. Was? Alles klar. Genau so isch das. Genau so isch das. Also... Oh Gott, ich hat's euch gefallen. Hahaha. Ja gut, ich hab's verloren. Alles klar. Nächste Runde. Okay. Tschaui. Tschüss. 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 Tschüss.